so willkommen bei mal wieder und zu folge 11 von outlast trials so diesmal sind wir zu viert bevor es da aber wir gehen jetzt auch ins dritte programm und machen dann dort diese zweite aufgabe weisen aufziehen und zwar rettet die kinder vor mutter ganz und führe sie zu ihrer neuen pflegestelle ich sag auch start wenn jetzt keiner hier in den arm drücken angefangen hat dann können wir ja alle rein ab in shuttle ein bisschen so weit vom batman kälfte ach so ja so sind wir alle da jetzt kann ich mich hinsetzen so damit ich nichts raus schneiden muss muss ich auf jeden fall wieder weg gucken bestimmt ihr seht da hinten aber ganz schön als spieler band aus nur okay da die hatte mal sexy eis mit sahne ich bin mal gespannt ob das jetzt das gleiche gebiet ist wie vorhin schon wieder anders zu sein obwohl nee das war vom vom hauptwaisenhaus hier ist sofort ein block blick reich kommen wir hier das können wir auch machen oder können wir nicht auch machen das kannst du auch machen hier ist noch ein mediterium ja nehmt ihr mal ich könnte zumindest aber wir müssen hier wieder so ein schalter ziehen das gefühl dass das ich habe doch die fähigkeit dass ich automatisch heiler ja was bisher noch nicht bemerkene stark kann auf jeden fall wiederbeleben ich bin das aber nicht wenn ich den schalter drücken soll sagt man bescheiden ja wenn ich dann noch ist es noch antidote ja schau das gezogen jetzt so die weisen sind unterwegs geht das jetzt auf wieder die frequenzen anpassen das ist ja schlimm ja sieht schon gut aus da oben ich bin ich das nicht lass mich dran er war eine ostfront er kann dann aber da muss ein meere sein also später bekommen für jedes geht ja jetzt langsam sehe ich es kommt ihr schon gehe ich noch da wird heute hier wo ich dachte schon wer vor dreht durch ja mach ihn jetzt mach ihn das stahl wer vor dreht durch ja jawohl und jetzt jetzt kommt der erste die mutter ist jetzt überhaupt irgendwas aufgegangen leute naja was dann geht auch um die ecke da ist die mutter ich bin versteckt aber du wolltest da rein du willst ja rein du zingst dich weißt du schweißt du schweißt du schweißt du wer verlinkt die jetzt ab jetzt zweimal gestanden bis jetzt raus was ich weiß wo wir hin müssen aber da ist hier eine die geht nicht weg pass auf oh shit oh god ich habe jetzt leben aber nein ich nehme das falsche ich nehme das falsche bei mir ist einer warum mache muss ich das jetzt hier machen naja oh god oh shit was ist hier jemand oh shit oh shit oh shit oh oh haua haua typ wir müssen noch da hinten hin ich mache mal hier passiert ich habe ich habe das ist eine Miene hingerlich wow Mada 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 ist auch da ich stelle es nur ein ja ja schau mal kann noch nicht standen jetzt rein 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 wir drehen wie der Teufel hier pass auf die Bruder kommt ja wir können hier nicht weg das ist das Problem weißt du noch nicht dass die Juni unter versteckt ist versteckt sie sich hast zehn Sekunden also haben wir jetzt den zweiten Oh ich bin leichter und scheiße ich habe große Medizin oh shit oh shit oh shit oh no pass auf okay hier ist eine Flasche zum werfen wenn du zu mir kommen kannst kann ich eine große Medizin geben aber da ist sie ne ich habe in den dicken genommen mir ja auch krass ja warte ich hole mal kurz das batterie was auf das die ist schon wir ja 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 okay aber hier ist ja nicht noch mehr noch mal so ja wir mussten zudem nein nein guck geh doch einfach wieder zwei zwei äh cheese things ein doppelgänger ja ich habe ihn gesehen eis eis stone ich bin voll brauche einer von euch ne batterie es sieht aus es sieht aus nicht ach guck mal ja ist wo euch jemand ja 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 ich nehme den mit ich nehme den mit okay ja ich nehme den mit okay ich habe ihn jetzt äh äh einfach hier nimm schnell die mutter kommt die mutter kommt mutter nein aua wie hast du nur hast die Tür zugemacht shit Geh raus Beffo geh raus du hurt mother halt die klappe hau raus was hat er überhaupt bei das ist so hört sich an die sonne bohrer oh gott ich habe ich habe eine psychose glaube ich ich habe keine ahnung gerade ich weiß nicht wo ich langlaufe warum ist hier überhaupt alles zu ich weiß gar nicht ob ich eine psychose wirklich habe oder nicht das war irgendwie ziemlich knapp ich habe das gefühl ich bin in so einer dauerpsychose habe ich mich jetzt erschrocken verdammte scheiße bitte bitte lassen so antidote drin sein ja ich habe auf jeden fall eine psychose der komische psychose man ist hinter mir her auch hier ist antidote oh bitte hau ab mir ist die mama und so ein typ was da denn für einer der mutant ok scheiße ich glaube der hat mich kannst du mal deine fähigkeiten hat sein fragst du ja für was denn was brauchst du da ist irgendeiner im schrank drin verdammte scheiße irgendwo muss ja sein hier ich schau mal ja ich komme hier nicht raus ne hier ist keiner ok in deiner in deiner links ist keiner ok ich habe die letzte äh die dritte die dritte hier sind documenten rechts von mir also ich habe ja jeglichen bezug verloren übrigens ich hatte gerade wie so eine dauerpsychose ich dachte normalerweise das hört auf aber das hat nicht aufgehört ist noch ein dokument ich habe auch ein will ich immer dann haben wir dann 355 haben wir jetzt und ist von den post an wir haben eigentlich ich habe gerade die letzten gemacht scheiße da hat mich shit haben wir im stand go go äh du schon i'm stuck oh shit wer ist hier reingekommen scheiße die ist bei mir die mutter also ich habe jetzt die weise auf reisen geschickt oder so ist die tricht die tricht ist so an die tricht ich habe mich nicht gesehen pfisch oh shit hier ist der andere auch wir müssen jetzt eigentlich nur noch zurück ne oh 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 gott kann ich nicht gerade sein oh gott ich muss hier weg okay drei hits bekommen geil ich habe keine ausdauer wo ist der ausgang hier ich weiß es jetzt gerade nicht der muss ja irgendwo in der nähe sein hier ich habe den ausgang oder wo ist denn bist du in die türke gegangen ja ich bin hier einfach ist das nicht hier aber da weiß ich ist auch ein gang ja hier ist der ausgang auch glaube ich okay ja ja hier aber hier ist eine lärmfalle oh der dicker ich habe ihn gesehen habe ihn gesehen ziegelstein oh die mutter ist auch wieder hier ja drück auf den knopf nein 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 rein rein, internet mein oh gott also das war bei mir keine gute runde b minus solide ego zerstörungen prüfer auf täter werden synchronität beachte also das war überhaupt nicht mal eine runde ich war hinterher irgendwie die ganze zeit auf psychose verdammte scheiße und das kann noch nicht so weit die zusammenfassung ja wir haben es ja gut hinbekommen warum ich habe weiß ich gar nicht weil ich war wirklich überhaupt nicht so gut ich habe neue tapeten oder so setzt er sich wieder hin ich bin erst aufgestanden habe ich mich plötzlich wieder hingesetzt und dann ständig wieder also ich sehe aber irgendwie noch diese vierte prüfung vom polizeirevier sehe ich das wird bestimmt eine nummer werden also ich muss ganz ehrlich sein der charakter nicht jetzt ausgewählt haben mit dem mit der falle dann ist gar nicht mal so schlecht ja ich kenne das nicht also die ganze falle hinlegen dann hast du da so ein rauch oder wird ja genau genau zum beispiel gerade wo wir die wellen richtig machen mussten ja dazu beinahe hinter mir hingelegt und wenn dann zombie kam konnte ich dann schnell genug abbauen was die frage ist ob man zum beispiel irgendwie sowas auch machen kann also ja gut dann kannst du die frequenzdinger noch sehen wenn du das rauchen wenn du dann darauf machst ja bestimmt ja dass du die frequenz machst wenn du vorher dann zum beispiel auch dahin setzt oder so und dann könnte dich ja keiner sehen aber das dauert zu lange glaube ich diese frequenz zu machen ja gut okay dann was das mit dieser folge ich mache als nächstes diese polizeiprüfung oder alles klar dann danke fürs zusehen für diese folge war ja wie gesagt vom weisenhaus ein eines dieser programme da genau jetzt haben wir das auch alles fertig hier hier fehlt uns noch diese bestrafung die übeltäter und öffnet die tore und jetzt machen wir als nächstes dann hier prüfung für also die prüfung vom polizeirevier tötet den verräter da gibt es weniger items nur und will weniger verstecke es ist immer gut ja ich sag mal ciao so